Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem Guide, wie ihr mit MidJourney besonders ansprechende Logos erstellen könnt. Ich glaube, da wir normalerweise auf diesem Kanal hier Sachen machen, die für ITler gedacht sind, sind Logos etwas und generell solche Grafiken, die man auf Websites einbindet, häufig ein Painpoint von vielen Entwicklern. Von mir persönlich auch. Und deswegen möchte ich euch heute die Möglichkeit vorstellen, wie ihr nicht unbedingt einen sehr, sehr teuren Grafikdesigner haben müsst. Das geht natürlich auch und dann werden sie vielleicht nochmal ein bisschen besser. Aber wenn ihr einfach nur eine relativ günstige Variante wollt, dann könnt ihr dazu auch MidJourney benutzen. Und auch für alle anderen Gaming-Clans, andere Vereine oder Fußballvereine oder was auch immer ihr braucht. Häufig hat man irgendwie ein Logo, das man nutzen kann. Ich möchte an der Stelle ganz kurz anmerken, dass die rechtliche Lage von wie kann ich diese Bilder verwenden noch nicht vollends geklärt ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme. Bitte bleibt da auf dem Laufenden und informiert euch. Im Zweifelsfall könnt ihr aber sowas auch benutzen, um eine Idee zu haben, was für eine Art Logo ihr verwenden wollt am Ende. Und es muss ja nicht genau das sein. Es kann dann auch ein bisschen angepasst werden. Okay, fangen wir an. Ich habe hier mit Version 5 die ganzen Bilder generiert und ich habe immer denselben Seed benutzt, damit ihr auch den Unterschied gut sehen könnt. Wir fangen an mit Flat Vector Logo of a Doctor's Head. Das ist dieses Ding, was Doktoranden anhaben, wenn sie ihren Abschluss haben. Das ist quasi für meine Bootstrap Academy. Wer die nicht kennt, da kann man programmieren lernen. Alle Kurse umsonst, eigentlich fast alle Kurse umsonst. Webinare, Quizzes, Aufgaben, alles Mögliche. Wir arbeiten an extrem vielen geilen Features. Und ihr könnt gerne einfach mal vorbeigucken. Link ist immer in der Beschreibung dabei. Und natürlich auch in meiner Bio immer verlinkt. So dieses kleine Bio.link-Ding kennt ihr vielleicht. Gut, schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr irgendwas mit Informatik oder Technik machen wollt. Und ja, eventuell auch in Zukunft mit Logo-Design. Okay, also wir haben hier einmal Flat Vector Logo of a Doctor's Head. Flat Vector Logo ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, weil dann weiß mit Journey schon mal, in welche Richtung es gehen soll. Und wir sehen hier, dass es echt eigentlich ziemlich gut geworden ist. Doctor's Head, das wurde ein bisschen entfremdet, muss ich fairerweise dazu sagen. Denn die Sachen sehen für mich nicht mehr unbedingt aus wie Doctor's Head. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass ich gesagt habe, Reference to Programming. Und das hier unten sieht mir verdächtig ähnlich aus, wie der Hut, den Red Hat als Logo hat. Die anderen hier, das könnte vielleicht eine kleine Erinnerung an Anonymous sein. Weil, naja, das sieht mir so ein bisschen wie so ein Zorro-Helm oder Zorro-Hut aus. Und Anonymous-Maske, so in den Zeitraum passt das ungefähr. Zumindest zum Film passt. Das hier könnte so, ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Und das hier wird wahrscheinlich so ein bisschen von diesen Infrastrukturen, beziehungsweise Chips oder Circuits oder sowas herkommen. Und daher stammen. So, dann habe ich gesagt Minimal und Simple. Das sind einfach zwei Adjektive, um das Logo nicht überkomplex zu machen, sondern eher einfach zu halten. Das ist generell etwas, was ihr bei Logos immer beachten solltet. Die sollten einfach sein. Und Rob Janoff ist der Designer von Apples Logo gewesen. Kommen wir nachher noch dazu. Ich habe Version 5 benutzt und ich habe, wie gesagt, immer denselben Seed benutzt. So, dann kommt das hierbei raus. Das ist ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber nicht unbedingt perfekt, würde ich vielleicht mal sagen. Was häufig hilft, wenn ihr irgendwie Probleme habt, dass euer Logo zu realistisch aussieht, was das jetzt hier in dem Fall nicht ist, dass ihr dann Minus Minus No Realistic Photo und Details rausnehmt. Also quasi mit Minus Minus No haben wir ja schon geklärt. Könnt ihr einzelne Elemente rausnehmen. Das heißt, hier habe ich den Realismus rausgenommen. Hier habe ich die rausgenommen, dass es ein Foto sein soll und Details rausgenommen, was ich hier oben ja jeweils nicht hatte. Aber falls ihr das irgendwann haben solltet, könnt ihr das rausnehmen mit Minus Minus No. So, ich glaube, hier wurde der Doktor hingegen ein bisschen zu wörtlich genommen. Ich glaube, Mid Journey hat nicht wirklich so eine Referenz, wie ein Doktorhut aussieht. Aber ja, das sieht mir eher aus wie so ein kirchlicher Doktor. Vielleicht eher so ein bisschen dahergekommen. Ignorieren wir. Ist nicht gut gelaufen. Kann passieren. Iterative Prozesserstellung. Wir kennen das Ganze von den ersten Videos. Und ja, das hier vielleicht nicht unbedingt das Beste. Als nächstes habe ich den Designer gewechselt. Und ich muss sagen, der Designer gefällt mir sogar fast noch ein bisschen besser. Das ist von, also jetzt wirklich eins zu eins. Ich habe immer das hier oben genommen und habe das ein bisschen verändert, damit ihr den Unterschied seht. Das hier ist im Endeffekt the Flat Logo, Flat Vector Logo of a Doctor's Head. Reference to Programming. Bleibt alles gleich. Minimal, simple. Bei Sagi Havif. Sagi Havif hat das Logo von National Geographic gemacht, von Harvard Press, von Harvard University Press, vom Library of Congress, vom Conservational Insta... Egal. Ich habe nach Famous Designern geguckt. Also legit, ich habe wirklich danach gegoogelt. Famous Designer und habe mir dann rausgesucht, welcher mir besonders gut gefällt. Und ich muss sagen, dieser Hut hier, der hätte das Logo von der Bootstrap Academy werden können. Muss man mal fairerweise so sagen. Der sieht aus wie so ein Hackerhut. Ähm, der hat gleichzeitig noch ein bisschen dieses Doktorhafte. Ich finde den wirklich, wirklich gut. Auch die anderen sind nicht schlecht, aber der hier gefällt mir richtig, richtig gut. So. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich nicht nur solche Logos, die einfach Flat Vector sind, sondern es gibt, ähm... Es gibt häufig noch andere Ideen. Zum Beispiel, dass wir geometrische Logos haben wollen. Geometric funktioniert auch als sehr, sehr gut, äh... Sehr, sehr gut als Referenz. Geometric. Also nicht mehr Flat Vector, sondern... Oder Flat Vector Logo, sondern Geometric Doctor's Head. Wobei man hier gerne auch noch reinschreiben kann, Geometric Logo of a Doctor's Head. Das funktioniert auch so nochmal sehr, sehr gut. Und dann Reference to Programming, ähm... Hat wahrscheinlich dazu geführt, dass wir hier diese, ähm... Diese Artefakte bekommen. Den hier finde ich Low-Poly, finde ich super gut. Könnte man dann auch einfach als eigenen Denkanstoß nehmen und sagen, okay... Lass uns mal einen, ähm... Das machen wir vielleicht gerade tatsächlich. Gucken wir uns dann direkt an. Ähm, dass man hier eben sagt, ey, mach das Ding einfach mal Low-Poly. Das wirkt dann so ein bisschen wie Game-Development oder wie, ähm... Wie generell Artwork-Entwerfen für Spiele oder sowas. Passt natürlich auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, ist gerade in der Berechnung, kommt gleich. Ähm, was aber auch sehr, sehr cool aussehen kann. Ich bin jetzt übrigens einfach hier bei diesem von Sagi Havif geblieben. Ähm, bin genau dabei geblieben, hab jetzt aber hier gesagt, Flat-Vector-Logo auf a Doctor-Set, wie wir es hatten, Reference to Programming. Und hab hier noch Gradient eingefügt. Das kann sehr, sehr geil wirken bei, ähm, bei Logos. Das ist wirklich einfach nur ein anderes Stichwort. Und wie gesagt, mir gefällt das hier zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ein Gradient ist quasi ein Farbverlauf. Das ist einfach englischer Farbverlauf. Und sieht sehr ansprechend aus, wenn man ein buntes Logo möchte. Muss natürlich passen. Haben aber viele Firmen tatsächlich, wo das natürlich auch Sinn macht. Okay, dann haben wir die Möglichkeit, häufig natürlich Buchstaben reinzunehmen. Wie gesagt, meine Academy heißt Bootstrap Academy. Das heißt, man könnte natürlich auch mit dem Buchstaben B spielen. Ich hab hier, Fun Fact, nicht drinstehen, dass es ein Gradient sein soll. Ich hab hier einfach nur gesagt, Letter-B-Logo, Flat-Vector, Reference to Programming, Minimal, Simple und dann natürlich den Designer hinten dran. Designer muss nicht unbedingt sein, kann aber ein bisschen helfen, wenn ihr die Richtung vorgeben wollt. Ich bin hier natürlich jetzt nicht unbedingt dabei. Ich bin einfach nicht so der Riesen-Fan von Buchstaben im Logo unbedingt. Deswegen passt das auch nicht unbedingt zur Academy. Aber an sich kann man damit durchaus was machen. Es sind vier sehr unterschiedliche Logos. Das heißt, die Varianz ist hier sehr, sehr hoch. Der Chaos-Faktor in eurem Prompt ist relativ hoch. Das heißt, wir müssten eigentlich hier nochmal ein bisschen genauer spezifizieren, wie soll denn eigentlich mein Buchstabe aussehen? Soll das ein Gradient haben? Soll das in schwarz-weiß sein? Soll das vielleicht fancy verschnörkelt sein? Oder soll das vielleicht eher mit irgendwelchen Schaltkreisen oder sowas noch drin sein? Also kann natürlich auch sein. Was aber auch sehr, sehr cool immer funktioniert, sind Embleme. In diesem Fall sind sie allerdings nicht ganz so cool geworden, muss ich sagen, weil Embleme eher was für früher sind. Embleme, sowas wie Schilde, haben immer ein Emblem vorne drauf. Ihr könnt euch das so wirklich vorstellen, wie auf einem Schild vorne drauf. Das hier ist tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Also ein Emblem für eine digitale Universität. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum hier zweimal quasi dasselbe rausgekommen ist. Eigentlich so ein Tetris-Stein, wenn man möchte. Aber das hier oben finde ich sehr interessant und sieht eigentlich auch ganz schnuckelig aus. Passt aber natürlich nicht unbedingt. Aber man kann es benutzen. Also ich meine, wer ein Emblem sucht, der wird auch hier fündig werden. Also das Schlüsselwort ist hier Emblem und dann wofür das Ganze ist. Gut, aber was auch sehr, sehr cool ist, das ist auch ein Emblem übrigens, ist, ihr könnt Gaming-Clans damit erstellen. Also wirklich hier sagen, Logo für einen Coding-Clan. In dem Fall natürlich muss es was mit Coding zu tun haben. Ihr seid bei mir auf dem Kanal. Ihr könnt es aber auch für euren Gamer-Clan benutzen. Dann ein Trident, ein Dreizack soll es sein, bitte. Es soll ein Emblem sein. Es soll aggressiv sein, weil es ist ein Clan. Ja, Coding oder generell Gaming-Clans. Reference to Programming, Minimal Simple und der Designer hinten dran. So, der Trident, muss ich sagen, ist ganz gut geworden. Mir persönlich gefällt das hier oben oder das hier am besten. Aber das ist natürlich auch jetzt was, wo man sehr viel Spielerei noch reinstecken kann und was man hier machen kann. Eignet sich übrigens auch super, wenn ihr irgendwie eine Idee für einfach nur so ein Clan-Logo braucht. Einfach nur eine Idee zu haben, ist natürlich auch schon mal hilfreich. Und basierend auf dieser Idee, die ihr dann vielleicht durch so einen Prompt bekommt, könnt ihr das dann natürlich noch mal verfeinern. Gut, und ja, das ist unser geometrischer Hut. Der ist auch sehr, sehr cool geworden. Der hier ist absolut furchtbar, aber der ist auch nicht ganz geil. Aber der hier sieht ganz cool aus und der hier vielleicht auch. Da haben wir einfach gesagt, geometrisches Logo eines Dr. Hutes, eine Referenz und es soll bitte Low Poly sein. Low Poly ist aber eigentlich nichts, was ich unbedingt häufig auf Logos sehen würde. Eher selten, ehrlich gesagt. Sondern ich würde normalerweise Low Poly, aber es ist trotzdem ein schönes Attribut, was ihr einfach mitnehmen könnt und irgendwann anders mal verwenden könnt. Low Poly heißt, es ist einfach eine Grafik aus einem Spiel zum Beispiel, die eben nicht so hochauflösend ist. Die absichtlich sehr, sehr niedrige Auflösung hat und die dann eben so aussieht. Das ist ein Stilmittel, kann man beim Game Design auch häufiger mal sehen. Vielleicht kennt ihr so ein paar artistische Spiele, die das genauso machen. Gut, ja und das ist es eigentlich zu Logo Design. Also das ist jetzt kein Kurs zu Logo Design. Das ist eigentlich bloß, wie ihr Wissen aus dem Logo Design anwenden könnt in Midjourney, um euch vielleicht, ja, Elemente zu bauen, die ihr auf eurer Webseite oder sonst irgendwo verwenden könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.